Falls ihr heute irgendwelche lauten Geräusche im Hintergrund hören solltet, die nicht vom Spiel stammen, dann wird das wohl die laute Musik sein, die hier die ganze Zeit läuft. Ich sag's vorsichtshalber lieber. Undead Suburb. Achso, okay. Oh, oh, er schiebt ihn weiter nach vorne. Das ist einfach von dem Ding, von dem Fall, ey. Save your food. Was? Habe ich mir jetzt gerade mit meiner eigenen Flasche die Beine abgetrampt, hab ich denn das bitte gemacht? Was hat der für eine Kraft, dass er sich mit einer Flasche die Beine abbauen kann? Good seven. Oh ja, schreib ruhig in Campsburg, das ist sehr gut. Wuuuuaat de faaack. Boah, das wird ja mal, ey. Komm, 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 komm. Oh, wow, wow, wow. Schön. Eeeen... Dura. Wow. Was ist das? Kann ich heute fahren überhaupt? Oh, Moment. Irgendwie ging das gerade. Ah, mit den Tasten nach unten fahre ich vorwärts. Natürlich, das wusste ich. Eeeh. Ja. What the fuck? Das ist... ...etwas seltsam. Oh, oh mein Gott. Oh nein, du sollst doch nicht aufsehen. Ich bin, glaube ich, positiv. Ja, ich finde es... Was zur Hölle, was hab ich denn jetzt gekillt? So, jetzt hier. Äh. Äh. Okay. Häng da einfach fest. Train Crash 2. Geil. Ich liebe Train Crash Level. Boah. Halt, was ist das denn? Was ist das? Oh, ich werde nach vorne rausgezogen. Hilfe. Kann man da nicht irgendwie drin bleiben? Hm, du, hier bleibt man drin. Ich gehe nicht, ich zittere mich raus aus dem Ding. Ja, boah, die haben, die haben, die haben, die haben, die haben. Ich bin nach hinten gezogen, ja. Shit. A Combination Level. Ach, what a Robina. Nein. Ja, gut, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das ist tatsächlich mal was anderes. So, jetzt, jetzt, jetzt. Komm, 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 komm. Was war das denn? Ja, 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 ja. Oh, geil. Melon Dodge. Leute, mögen ich mir was mit Filon zu machen? Oh, ich habe bloß die Münze da. Ich will die Kanone reinspringen. Das ist lustig. Wow. Äh. Äh, äh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich hab die Münze in die Kanone eingespringet. Cave. Ja, das mögen Leute auch gerne. Cave Level. Oh, 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 oh. Sollte aufpassen, denke ich, außer die gegen die Deckel springe da. Äh. Das hätte mich doch nicht fast gekillt. Aber, pass schon. Das sieht aus, ob die Gesichter haben. Das ist doch komisch. Was ist das denn überhaupt? Sondern das diese komischen Staubdinger sein, die da immer kommen? Wow, 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 wow. Das war kein bisschen knapp. Nope, kein bisschen. geht ja noch hochkommen so bitte was hat er denn mit diesen schrägen dass er dann nicht hochkommen ganz kleine sprünge muss ich machen was steht da denn schönes wenn ich dann irgendwann mal hochkommen vorausgesetzt ich habe direkt das nächste ding auch kaputt man das skelett lässt sich sogar einfach nicht los scheint nicht so zu sein okay einfach rüber hier nein der ist nicht genau darüber gefangen sind untergrund hier das hat man sonst verpasst nicht dass die können wir nur deswegen gestorben das zeigen würde ja siehst du geht doch crush bike test wie bitte ihr habt euch schon mal ein komisches geschehen habt wenn ihr euch erinnert ja kein kommentar mutans gg oh oh ach man fährt einfach durch na super selbst die plattform spack einfach nur ab was äh ok was soll man das alles haben what the fuck hey jetzt hat man auch mehr ihr Gesicht gesehen wunderschön jetzt halt bitte an halt bitte einfach nur an dankeschön hab ich jetzt gewonnen oder was ah nur egal was ist ich fahr einfach durch ich fahr einfach durch ich fahr einfach durch ich fahr einfach durch da wäre das ziel gewesen da wäre das ziel gewesen so jetzt renn durch oder renn durch jetzt renn durch renn durch renn durch renn durch oh a nice place to live joo das sieht wirklich ganz schöner ja ich habe es wirklich sehr in your jet level ich habe es richtig in your jet dieses 5 sekunden level bei dem man sehr viel machen konnte der st hoh 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 das glaube ich habe wieder kaputt gesprungen die teile liegen muss perfekt aufeinander dass man es nicht gleich merken kann und ich habe die city destroyed mit t am Ende hm tja run forest run ich kann nicht rennen weil du so viel reingepackt hast dass das denn jetzt fließt sobald man das auch nur startet ich kann nicht rennen ich kann bloß in der luft stehen bleiben weil alles nicht funktioniert wie geht das bitte in sanity 3 das sollte wahrscheinlich für unter dem da gestehen oder ich gehe mal davon aus komm zählte mach du einfach mal ey der ist so ein Schild mit dem wirklichen aahhhh oh well ist so ne look crap people crap people ey die bislang spielten das muss gut sein das muss gut sein Ja, genau so sahen sie in der Serie aus, genau so. So und nicht anders. Ei, 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 ei. Wer, das kann ich nicht weiter hier oder was? Ein, ich muss flacher ankommen. Ach shit. Moment, Moment. Ja, 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 ich hab's geschafft, komm. Boah, ich will die ganzen Texte noch einblenden. Crap, 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 The Common Core, was, The End? Was? Wer ist das? Wer ist das? John Cena Art, das geht, glaub ich, mit Kunst weiter. Äh... Ne, sein Name ist nicht John Cena, ist das nicht Name. Roman Colosseum. Oh. Ich hab gedacht, wir... Wir sehen jetzt ein Kolossierum von außen, aber, naja. Dann ist das wo so... Gehen Sie bitte weg von mir. Ach, wir haben Todenschirm. Mal Platz hier für den wahren Schirm. Boah, Alter. Niemand hat... Boah, Alter. Niemand hat eine Chance gegen mich. Niemand hat eine Chance gegen mich. Fuck off, man. Jetzt sag ich das Ding um eine Chance gegen mich. Das bringt mir nix. Verstehe ich das ja richtig, weil der Typ hinter mir in der Harpune drin steckt und ich mit den Schwertern, wo ich diesen Typen verbunden bin, häng ich jetzt sozusagen auch an der Harpune fest. Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Was ist das denn für eine Kettenreaktion gerade? Ich bin draußen. Ich glaub es nicht. Ich glaub es nicht. Ich glaub es nicht. Ich bin draußen von dem Kerl. Ach, wenn der jetzt wieder da reinfällt in mich rein, dann wird das passiert aber. Das gibt's nicht. Das... Das gibt... Das gibt es nicht. 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 Ich war doch... Ohhhh. Ohhhh. Naaaiiiiinnn. So, jetzt bitte. Jetzt ist das Ding sogar noch völlig anders verfallen als bei den ersten... Ohhhh. Ja, jetzt nimm die blöde Münze doch auf. Was machst Du denn? Jetzt sieht doch wieder so ein Holzbrett da liegen oder was? Moment, das haben wir gleich. Rob da jetzt hin, ey. Rob da jetzt hin. Was machst du da, Trottel, ey? Nimm diese scheiß Münze jetzt. The Garden. Das kann ja nur sie machen. Garden. Ach, nach oben wäre es die Rüte ja auch gegangen, oder was sollte uns dieser Investor gerade sagen? Boah, egal. Geil, 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 geil. Hier ist bestimmt noch einiges letztiges Rünge-Ziefer. Na gut, die Steine sind jetzt schon nervig. Kann ich die Steine irgendwie wegschieben? Mann! Na, guck mal, da gibt es doch tatsächlich was. Eine Biene, ey. Und ich sollte, glaube ich, nicht in die Stachel fahren. Ne! Ähm, ähm, ich lass dich mal vor, oder? Viel Spaß, dann. Hä, wieso häng ich jetzt da oben dran? Ach so, das ist da als ein Ventilator da unten. Äh, wo muss ich jetzt hoch hier? Hä? Kann ich bloß noch einen Stundenhandel, Leute. Keine Panik. So, jetzt aber hier hoch da, ey. Jawohl. Oh, iiii, iiii, iiii. Oh nein, nicht in das Loch, nicht in das Loch, ey. Oh, 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 oh. The Worm. Was? Der Wurm? Iiiiih, ich muss in den Bohm rein. Oh, ich bin tot, glaube ich. Oder? Ne, irgendwas anderes ist gestorben. Ich glaube, ich fahre noch. Äh, da wo ist denn der? Letzte Mom für heute, Michi Hammer. Im Irgendwassen gerutzt. Das kann nur gut werden. Das kann nur gut werden. Was stand da gerade? Ich hoffe, es ist schlecht. Schön, gut. Ja, ähm, das war eine gute Entscheidung, noch eine Map in das, äh, Video zu packen, nachdem wir sowas Gutes hatten wie die Garten-Map. Das war Happy Guides für diese Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.